Simone Tomala und Nicolino Ermano gehen von nun an wieder getrennte Wege. Im August vergangenen Jahres machen die Schauspielerin und der DJ ihre Liebe zueinander öffentlich. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder turtelnd auf Events. Doch vor wenigen Tagen machen überraschende News die Runde. Simone und Nicolino sind getrennt. Das behauptet zumindest der Manager, der am Anfang war der Seitensprung-Darstellerin. Ich kann die Trennung bestätigen. Simone Tomala und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden. Allerdings bestätigen weder Simone noch Nicolino bis dato ihre angebliche Trennung.